So, ein Halbmarathon für die Frautherber. Heute mal, Halbmarathon für die Frautherber. Heute mal ohne Rucksack und Tafel, ohne eine Stunde Pause bei der Tafel und Apfel und Banane einbleiben und dem ganzen Quatsch. Also quasi 20 Kilometer Zeitansatz 2 Stunden. Ich kann ja noch 2 Minuten verlängern, weil man langsamer wird oder blöd im Kopf. So, zwei Stunden Halbmarathon. Zwei Stunden Wandern in die Birke normalerweise. Wenn die Wand. So ungefähr.